Tag 1, wo ich für jeden Follower etwas für einen Euro klaue. Mein kleinster Account hat 168.000 Follower. 168.000 Euro klauen. Ich hab was gefunden. Der sieht aus, als hätte er Geld. Der hat Jordans so ne teure Jacke. Der hat safe teuren Schmuck. Let's go. Hey. Hey, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Haben Sie da nen teuren Ring? Nein. Ah, geil. Ich hab nen Ring, Leute, ich hab nen Ring. Der ist safe, 170.000 wert.